Und da tun wir die Kleinen dann reinstellen. Alles einfach weiter nach links. Ich bin extrem froh, heute mit unserem deutschen Starshipplatz, wenn wir einen Fuß hoch zu fliegen. Und ich habe gehört, Mann Mungi, der Götze ist auch schon nervös. Das Set wird gerade vorbereitet für meinen Knieschlitterer. Dazu wird das Geschirr mir gerade angelegt, damit ich dann auf Mario Götze zurutschen kann. Und wir drehen! Absolute Ruhe bitte! Und Videoton! Jetzt wird hier das Set aufgebaut für das Fußballspiel. Mario Götze wird natürlich mal wieder ein sensationelles Tor schießen. Und irgendwann schlittere ich dann ins Bild. Hier in diese Richtung, wo du jetzt stehst. Haben wir eine Marke bitte? Die Kamera läuft. Und drei, zwei, eins, go! Und wir wären schon wieder soweit. Und Mario! Mitten drin statt nur dabei. Ich zeige euch die Allianz Arena auch hinter den Kulissen. Ah ja! Ja. Ja. Gut! Ganz cool!